Wenn du mit Dropshipping starten möchtest, dann kommst du an der Produktsuche nicht vorbei. Denn nur mit einem Produkt, welches einen dauerhaften Bedarf hat, kannst du auch wirklich langfristig Geld verdienen. Hierzu schaut man sich bestenfalls vorhandene Daten an und verkauft bestehende Bestseller. Aber wie findest du so ein Produkt und welche Produkte solltest du als Anfänger lieber nicht verkaufen? Das klären wir in diesem Video. Gerade für einen Anfänger gibt es bestimmte Produkte, die man nicht verkaufen sollte. Für diese Art von Artikeln gibt es bestimmte Zertifizierungen. Man muss das Ganze anmelden bei bestimmten Institutionen und außerdem benötigt man noch Kennzeichnungen. Diese ganzen Punkte werden von Ämtern in Deutschland überwacht und wenn man dagegen verstößt, dann kann das Ganze sehr schnell sehr teuer werden. Gerade in den Kategorien Babyartikel, Elektronik oder Kosmetik gibt es verschiedene Bestimmungen, die man einhalten muss. Und das Ganze kann halt für einen Anfänger wirklich sehr kompliziert sein oder aber auch sehr teuer werden. Denn man muss die Produkte testen lassen. Das Ganze kann alleine schon ein paar tausend Euro kosten. Dann muss man natürlich darauf achten, dass man bestimmte Kennzeichnungen auf den Produkten hat. Hält man sich nicht an das Ganze, dann gibt es nicht nur die Ämter, die dir ein Vertriebsverbot geben können und noch zusätzlich eine hohe Strafe. Sondern die Kunden können natürlich auch noch gegen dich vorgehen, wenn etwas mit der Ware passiert. Bedeutet, wenn die Elektronik kaufen und zu Hause jetzt irgendwie die Bude deswegen abbrennt, dann bist du als Importeur derjenige, der haftbar dafür gemacht wird. Von daher solltest du da, wenn das nicht getestet ist, erstmal die Finger von lassen. Glücklicherweise gibt es aber noch eine Menge anderer Produkte, die du verkaufen kannst. Von daher ist es gar nicht so schlimm, dass diese Produkte jetzt erstmal wegfallen. Später spricht auf jeden Fall nichts dagegen, wenn du schon einen gewissen Cashflow hast oder aber ein höheres Startkapital vielleicht dann von Beginn an. Ja, dass du dann auch alles vernünftig testen kannst. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich dir das nicht empfehlen. Es gibt eine Menge an anderen Produkten, die man auf jeden Fall testen kann. Und jetzt kommen wir zur Produktsuche an sich und hier ein kleiner Disclaimer von mir. Natürlich gibt es eine Menge Methoden, mit denen man Produkte finden kann. Diese Methode, die wir dir jetzt vorstellen, ist eine von vielen, die wir unseren Kunden vorstellen. Das Gute bei dieser Strategie ist, dass diese absolut kostenlos ist. Bedeutet, du benötigst kein Geld auszugeben für irgendein teures Tool oder ein Abo abzuschließen. Du kannst das Ganze kostenlos machen. Das heißt, wenn du gerade anfängst und vielleicht noch ein bisschen aufs Budget achten musst, musst du da erstmal nichts rein investieren. Natürlich gibt es eine Menge Tools, die hilfreich sind, die auf jeden Fall auch weiterhelfen. Kosten hier und da aber auch gut und gerne mal über 100 Euro. Und diese würde ich dir am Anfang wirklich nicht empfehlen, weil es genug kostenlose Alternativen gibt. Es macht natürlich Sinn, dort nach Produkten zu suchen, wo sie verkauft werden oder wo sie beworben werden. Wir möchten ja nicht das Radneue finden, sondern wir suchen was, was bereits gut verkauft wird und dafür können wir beispielsweise auf AliExpress gehen. Hier werden Produkte teilweise von Dropshippern gekauft, damit diese direkt an ihre Kunden geliefert werden oder aber auch von Endverbrauchern. Wenn du Dropshipping betreibst, würde ich dir aber einen anderen Lieferanten empfehlen als AliExpress, aber das ist nochmal ein Thema für ein anderes Video. Was viele über AliExpress nicht wissen ist, dass die Seite die meistbesuchte E-Commerce Website in Russland ist. Bedeutet, dort sind wirklich sehr, sehr viele Menschen auch als Endverbraucher unterwegs und da lassen sich dann natürlich bestimmte Trends ableiten. Das bedeutet für uns in der Produktsuche, dass die Daten auf der Plattform uns Anhaltspunkte dafür liefern können, welche Produkte ein gewisses Potenzial haben. Aber genug mit der Theorie, ich zeige dir mal am Bildschirm, wie du vorgehen solltest. Wir befinden uns jetzt auf der Startseite von AliExpress und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir ein gutes Produkt finden können. Erstmal kannst du natürlich versuchen mit bestimmten Stichwörtern zu arbeiten und diese oben in der Suchleiste einzugeben. Bedeutet, wenn du beispielsweise etwas für Hunde verkaufen möchtest, dann kannst du oben einfach mal Hunde eingeben. Und dann werden uns auch sofort verschiedene Produkte angezeigt. Das Ganze kannst du dann beispielsweise nach Bestellungen sortieren und siehst sofort die Artikel mit den meisten Bestellungen ganz weit vorne. Bedeutet, diese Produkte wurden wirklich schon sehr oft auf der Plattform verkauft. Ja, du siehst zum Beispiel hier bei diesem personalisierten Hundegeschirr, das wurde 10.900 Mal verkauft. Das sind natürlich nicht nur Endverbraucher, sondern eine Zeit lang haben wirklich sehr, sehr viele Dropshipper mit AliExpress gearbeitet und dann auch die Bestellungen mit AliExpress fullfilled. Und deswegen siehst du natürlich dann auch viele Produkte hier, die Dropshipper selber verkauft haben. Das ist natürlich für uns dann schon mal ein guter Indikator, was gut funktionieren könnte und was nicht. Wir sehen beispielsweise jetzt hier Hundejacken oder beispielsweise das Geschirr ist halt personalisiert und diese Sachen wurden nachweislich sehr, sehr gut verkauft. Das Ganze kannst du natürlich auch mit anderen Nischen machen, bedeutet du kannst oben auch einfach eingeben Sport, ja gerade jetzt im ersten Quartal ist das ein Riesenthema und dann kannst du das Ganze wieder nach Bestellungen sortieren. Hier siehst du, dass Sportbekleidung sehr, sehr beliebt ist. Hier sehen wir Leggings beispielsweise, aber auch Terrabänder. Diese Sachen wurden in der Vergangenheit auch wirklich gut verkauft. Ansonsten kann man natürlich auch einfach mit Kategorien arbeiten. Ja, du gehst einfach mal hier links durch die Kategorien und schaust einmal durch, was es so gibt. Dann können wir beispielsweise jetzt einfach mal hier aufs Radfahren gehen und dann auch wieder die Nachbestellungen sortieren. Und hier siehst du beispielsweise, ja Handschuhe. Die wurden auch eine Zeit lang sehr gut verkauft. Hier kannst du auch sehen, dass man das Ganze mit dem Handy benutzen kann. Und wir sehen an den Bestellungen, dass es wirklich sehr, sehr oft verkauft wurde. Bedeutet, hier haben wir den Beweis dafür, dass dieses Produkt wirklich gut funktionieren kann. Hier sehen wir natürlich dann auch noch eine Menge andere Produkte und du kannst dir dann einfach hier mal ein bisschen Inspiration holen und einfach ein Gefühl dafür bekommen, was halt gut verkauft werden kann und was nicht. Ja, gerade am Anfang ist man vielleicht so ein bisschen unsicher, in welche Nische man gehen soll, welches Produkt man generell verkaufen soll. Aber wie gesagt, mit dieser Methode kannst du wirklich eine Menge Produkte finden und dann auch sehen, dass diese wirklich oft verkauft wurden. Wir können nochmal in eine andere Kategorie gehen und dann einfach mal schauen, was es da so gibt. Beispielsweise Schmuck, ja, schauen wir mal bei Modeschmuck. Und sortieren das Ganze wieder nach den Bestellungen und sehen, ja, so personalisierte Ketten, Armbänder und so weiter. Und das Ganze hat man natürlich auch so schon mal in einer Werbeanzeige gesehen. Wie man sieht, wird das Ganze auch wirklich gut verkauft und du kannst es wirklich mit jeder x-beliebigen Kategorie machen oder aber auch einfach mit einem Stichwort und ja, dann schauen, wie oft das Ganze schon verkauft wurde. Gegebenenfalls, ja, hast du schon mal so eine Werbeanzeige gesehen oder, ne, das ist einfach in Social Media gesehen, das Produkt und da hast du auf jeden Fall dann schon mal den Beweis für dich, dass es auf jeden Fall in der Vergangenheit gut verkauft wurde. Was du auch machen kannst, ist einfach mal ein bisschen runter zu scrollen auf der Startseite und hier sehen wir auf jeden Fall das ein oder andere Dropshipping-Produkt, was schon gut verkauft wurde. Du siehst hier natürlich auch anhand der Verkaufszahlen, dass es ein sehr, sehr beliebtes Produkt ist. Hier sehen wir beispielsweise, dass das Ganze 34.000 Mal verkauft wurde. Also du siehst, du hast hier auf jeden Fall eine Vielzahl von Produkten. Du musst dich einfach ein bisschen durchklicken, siehst dann direkt viele verschiedene Produkte, die auf jeden Fall ein gewisses Potenzial haben und wie du feststellst, ob es denn einen generellen Bedarf dafür gibt, das ganze Jahr über und nicht nur saisonal, das zeige ich dir jetzt im nächsten Schritt. Ja und wie wir bereits gesagt haben, möchtest du natürlich ein Produkt verkaufen, welches generell das ganze Jahr über verkauft werden kann und dafür schauen wir uns einmal Google Trends an. Da kannst du nämlich einen Trend sehen, ja ob das Produkt saisonal ist oder ob es wirklich das ganze Jahr über verkauft wird. Das machen wir jetzt mal anhand von zwei Beispielen. Da zeige ich dir mal, wie du da vorgehen solltest. Wir geben jetzt als Beispiel einfach mal Hundejacke ein, die wir jetzt gerade auch gesehen haben und da kannst du natürlich, wenn wir uns die letzten zwölf Monate mal anschauen, entdecken, dass das im Sommer natürlich nicht stark gesucht wird. Ja, die Suchanfragen sind wirklich sehr, sehr gering. Vielleicht sind es dann Regenjacken oder sonstiges, aber der Trend zeigt auf jeden Fall, dass es ab September erst anfängt interessant zu werden für Hundejackenverkäufer, dann flacht es wieder ein bisschen ab und dann, wenn es erst richtig kalt wird, dann ist das Interesse wirklich sehr, sehr hoch und da sind dann auch die meisten Suchanfragen. Das Ganze kannst du natürlich für die letzten zwölf Monate machen oder aber auch für einen längeren Zeitraum und da wirst du immer wieder feststellen, dass es halt im Winter immer die größere Nachfrage gab. Hier siehst du das immer an diesen Ausreißern, ja und ansonsten ist es wirklich dann nicht gefragt im Sommer oder im Frühling. Es ist dann tatsächlich eher ein Saisonprodukt. Wenn wir das Ganze jetzt mit einem anderen Produkt vergleichen, da können wir jetzt einfach mal schauen, ja vielleicht eine Handtasche, da sehen wir, dass das Ganze immer gleichbleibend ist, bedeutet die Handtasche ist das ganze Jahr über gefragt, da gibt es keine wirkliche Saisonalität. Hier gibt es natürlich einen kleinen Ausreißer, weil wir uns hier im vierten Quartal befinden, kurz vor Weihnachten. Da werden dann Weihnachtsgeschenke gekauft, deswegen ist es hier ganz normal, aber wir sehen hier, ja es ist kein Saisonprodukt, das ist ein Produkt, was man das ganze Jahr über verkaufen kann und so kannst du das Ganze halt erkennen. Mit dieser Strategie weißt du jetzt also, wie man ein Produkt findet, welches sich nachweislich gut verkauft und wie du feststellst, ob es sich um ein Saisonprodukt handelt oder um ein Produkt, welches du das ganze Jahr über verkaufen kannst. Vergiss auf jeden Fall den Mythos von einem Winning Product, denn es ist einfach nur wichtig, dass du das Produkt richtig testest, heißt mit einem gut aufgebauten Shop, mit guten Creatives und du musst auch immer wieder feststellen, dass das Produkt einen gewissen Bedarf hat in der Zielgruppe. Das Gute ist, du kannst das Ganze immer wieder mit verschiedenen Tools überprüfen. Es ist auch nicht immer wichtig, dass du das nächste Trendprodukt findest, welches du dann verkaufst oder irgendwelche Produkte, die krass viral gegangen sind. Es muss auch kein Wow-Produkt sein oder sonstiges. Es muss einfach ein Bedarf da sein. Es muss gut in Szene gesetzt werden mit wirklich richtig gutem Marketing. Wir geben unseren Kunden beispielsweise so Checklisten, mit denen die das Ganze abarbeiten können. Die haben quasi so einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden, wie die das Ganze kosteneffizient testen. Denn nur mit einem guten Produkt wirst du nicht langfristig Erfolge zählen, sondern du musst auch wirklich deine Zielgruppe erreichen, die ins Herz treffen. Und das machst du nur mit richtig gutem Marketing. Ja und wenn du wissen möchtest, wie dieser Leitfaden für dich individuell aussehen könnte, dann trage dich doch gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Den Link dafür findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du diesmal wieder dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.